Oh, da war ich ein Stück zu weit. Okay, das Level frustet mich gerade. Was soll das? Was soll das? Warum stelle ich mich so schlecht an in solchen Spielen? Das ist echt nicht mehr schön. Ich sollte dieses Teil da oben einfach sein lassen, weil ich bin kein Platformer. Ich bin ein Gibbel in solchen Sachen. Ich lasse dieses Teil einfach Teil sein und dann sind wir alle glücklich, weil dann komme ich vielleicht mal voran. Gott, ich... Ey, mach's weg. Oh, ich... Stell mich hier an. Also ihr könnt dann mal vorspulen. In drei Tagen bin ich dann fertig. Aber ich lasse ja natürlich nichts weg, ne? Sowas gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt's Windows Fail und... Katze auf dem Tisch und... Zeug und... pure Natürlichkeit. Let's play so ohne Make-up. Oder sowas in der Art. Biam. Mach das weg. Ich will das nicht mehr sehen. Alles blöd. Wow. Ich hab mich grad schon in die Explosion rennen sehen. Aus Ungeduld. Dear God. Ähm. So, man könnte meinen, ich müsste die Handgriffe langsam auswendig können. Ich kann's nicht. Na. Die ganze Zeit krieg ich's vom Timing hin, ne? Die ganze Zeit. Okay. Oh. Leck mich am Senkel. Wenn ich's diesmal nicht hinkriege, dann schneid ich's raus. Dann bin ich so frei, weil... Das tue ich euch nicht an. Hier nochmal... 30, 40, 50 Anläufe davon... Komm schon. Mit... Geduld jetzt. Mit Geduld. Alles okay. Nicht ungeduldig werden. Ich hab die Lösung. Ich weiß, wie's funktioniert. All cool. Oh Gott, lauf da drüber. Ich glaub, es scheppert. So. Dapp, 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 dapp. Dapp, 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 dapp. Weg damit. Gib mir das. Und... Gib mir das. Und... Lass mich da rüber. Und lass mich bitte wieder zurück. Und... Lass mich das da bauen. Lass mich meine Blöckchen mitnehmen. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt lass mich einfach da rüber. Nein! Komm! Ich hab die Pfeiltasse gedrückt. Das ist doch der... Das ist ein Witz! Das ist ein Scheißdreck. Das ist... Boah. Nee. Jetzt wächst der Frust. Jetzt wächst der Frust. So. Hängt er mit. Das ist auch eine Art und Weise, Zeit zu schinden. Also, äh, ne? Ach Gott. So. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Weil, irgendwann kann ich da von bestimmten Speedrun machen. Von dem Level. Kater, was tust du? Mein Gott. Lass den Karton heilen. Hab nix getan. Okay. Jetzt weiß ich die Lösung und jetzt bringt mich die Stelle hier zum Verzweifeln. Das ist nicht mehr witzig. Okay. Gib mir das. Gib mir das. Und lass mich da bitte einfach durch. Lass mich zurück. Und lass mich hier bitte jetzt heil raus. Ich wein gleich. Ah. Danke. 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 So. Da hin. Da hin. TNT da hin. Was anderes da hin. Was anderes da hin. Und dann weckt der Merch. Ah. Dankeschön. So. Ähm. Ah. Oh Gott. Bitte nicht. Nein. 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 Komm schon. Das ist... Ja, meine lieben Kinder. Wir sehen uns dann, wenn ich dieses verschissene Level geschafft hab. Moment. Tadadada. Ich sag mal nichts dazu. Also es hat mich grad wirklich zur Weißblut gebracht. Und ich hab jetzt auch, nachdem ich hier Rage pausiert habe, einen Durchlauf gebraucht. Also den Durchlauf jetzt. Und bin jetzt hier endlich am Ende. Also... Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach meine absolute Konzentration verloren gerade. Es war nicht so ganz gut. Und wie zum Teufel soll man bitte einen Eisblock in der Welt kriegen? In der... Feuer herrscht. Spiel, du machst... Sinn. Aaaaaah. So. Ähm. Okay. Wie auch immer ich an den drankommen soll. Nein, 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 nein. Geh weg. Oh, komm schon. Oh. Okay. Das ist jetzt irgendwie... Wow. Also langsam wird das Spiel fies. Daaa. Daaa. Geh mit in. Wow, 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 wow. Okay. Hä? Ah, okay. Ähm. Ich hab zwar keine Ahnung, wie ich... was hinkriegen soll. Aber okay. So. Ich hab's für das Dumpe-Gefühl. Ich muss euch hier mal so ein bisschen... Äh... zum Explodieren bringen. Und zwar dann, wenn ihr beide am besten... Oh. Euch irgendwo... Danke. Nein, 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 oh Mann. Da... Da... Na, komm schon. Na, komm schon. Alter, ich drück die ganze Zeit den falschen Knopf. Lass mich. Danke. Ja, jetzt ist einer gestorben. Super. Vielleicht muss die beide irgendwie kaputt kriegen. Okay. Und wieder aus. Wobei ich auch sagen würde, dass wir uns mit dem Level das nächste Mal quälen. Weil ich glaube, es ist nicht so gut, wenn ich jetzt versuche, mich bei dem Level noch durchzuquälen. Obwohl ich gerade eh schon gemerkt habe, dass ich bei dem anderen Level ziemlich böse geworden bin. Und das will ich euch nicht antun. Ähm, ja, wir sind jetzt bei Level 31 von, soweit ich gesehen habe, 40. Ich weiß nicht, was es mit den Feldern auf sich hat, wo nichts steht. Vielleicht sind es Videos, ich weiß es nicht. Haben wir es aber schon mal irgendwo gehabt? Nee. Hm. Okay, auf jeden Fall sind wir doch schon recht weit. Ich gönne mir jetzt erstmal eine kleine Pause von unserem viereckigen Männchen. Kommt zur Ruhe und geht das nächste Mal mit mehr Geduld ran. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin und bye bye. Bis dahin und bis dahin und bis dahin und bis dahin.